Mein Name ist Elias Kosmola, ich arbeite im McDonalds in Wäbischwil und mache eine Ausbildung zum Systemgastronomie-Fachmann EFZ und bin im dritten Lehrgang. Es ist ein mega cooler Job und es macht mir auch wirklich Spass, damit so viele mit verschiedenen Menschen zusammenkommen. Die Systemgastronomie ist die Umsetzung eines Konzepts, das man in mehreren Restaurants hat und nach der dreijährigen Lehre hat man die Ausbildung zum Systemgastronomie-Fachmann Fachfrau EFZ. Nach der Lehre als Systemgastronomie-Fachmann hat man viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel an einer höheren Fachschule als Restaurantleiter. Im Betrieb ist es natürlich auch mega angenehm, dass man miteinander lachen kann. Mein Name ist Remo Steiner, ich arbeite hier in Wäbischwil. Ich habe die Lehre als Systemgastronomie-Fachmann 2017 abgeschlossen. Man lernt sehr vielseitige Sachen und ich begleite die Lehrlinge durch den ganzen Prozess durch die drei Jahre und ihnen gerne mein Wissen weitergehen. Wenn du ein aufmerksamer Typ bist, wenn du gerne mit Leuten zusammenarbeiten und einfach auf Leute zugehen möchtest und viele verschiedene Sachen am einzelnen Tag machen kannst, dann komm doch einfach zu McDonalds, weil genau das kannst du hier machen. Musique ... ... Untertitelung des ZDF, 2020